hey ho und willkommen bei der minenarbeit heute in form der planet coaster session ja ich bin der gute alte vorbuddler und nehme euch wieder mit in den scaleville vergnügungspark genauer gesagt in das tal vom ballo was ich heute mal ein bisschen weiter bringen möchte mit euch zusammen ich wünsche euch viel spaß dabei so schaut's aus lasst uns mal schön in aller ruhe hier so ein bisschen gucken wir kommen gar nicht in frage ich blende mal direkt rüber in die timelapse aufnahme wenn wir hier dieses tal so ein bisschen ausgestalten wer mit scale will vergnügungspark und tal vom ballo et cetera nicht so viel anfangen kann ihr findet dazu noch ein schönes vorstellungsvideo auf meinem kanal guckt ja mal die playlist schippe hiervon schippe davon da solltet ihr das noch finden können deswegen brauche ich da jetzt nicht viel zu erzählen hier das tal von ballo ist jedenfalls so ein kleiner tal kessel inmitten eines vergnügungspark ist also ein bereich ein siemen bereich ja es soll so alles ein bisschen märchenhaft fantasievoll sein und mit viel blau ist die hauptfarbe hier ja jetzt habe ich diese diese büschung da wo die einschienen bahn durchfährt und die verkleide ich jetzt so ein bisschen und ihr seht schon ich bevorzuge einen echt simplen stil ja manchmal kann ich mich auch so ein bisschen im detail verlieren aber doch eher selten ich mag es doch eher was spontan da dinge hinzustellen und einfach mal ausprobieren und wenn es mir auf anhieb gefällt dann lasse ich es meistens auch stehen was habe ich hier gemacht ich habe ein paar steine da in die büschung und natürlich sträucher hier noch ein bisschen ja jetzt bin ich schon leider im nächsten punkt das geht jetzt doch sehr schnell die zeitraffer aufnahme was ich normalerweise habe ich da eine halbe stunde dran gebaut und jetzt bin ich schon weiter ja hier ist es eine kleine autofahrt durch den park die bahn und fahrt oder baller tour oder sowas und baue ich jetzt gerade einen kleinen steinhaufen über kleiner torbogen gleich stelle ich noch fest dass er so ein bisschen zur seite geneigt ist immer auch ein bisschen er lampen unten rein ich habe übrigens nichts dagegen wenn man die ob man sieht die scheinwerfer die muss ich nicht immer in der erde verstecken das habe ich an anderen stellen im park auch schon gemacht aber hier finde ich es eigentlich ganz schön wenn man auch mal die scheinwerfer so ein bisschen sieht ja das ding hat schlagseite da kommen ja also jetzt so bei einfache holzbalken dran die die ganze sache so ein wenig abstützen sollen ich finde das ist ganz ganz interessant man könnte da sicher jetzt noch mehr machen so eine richtige stützkonstruktion keine ahnung aber ich finde es ganz nett so ich will es nie über übertreiben ich merke schnell ja dieses ganze bauen das kann man auch schnell mal übertreiben und und ja dann schon fast so ein bisschen gestresst davon werden das möchte ich aber nicht ich möchte ein bisschen spaß haben ich denke viele leute sehen planet planet coaster das als problem an dass man ja einerseits hat sehr schön so ins detail gehen zu können andererseits ist aber auch einfach furchtbar viel arbeiten und dazu hat man nicht immer lust und dann ist es halt schwierig den mittelwert zu finden so und ja vielleicht hilft dieses dieses video oder diese session serie die ich hier vor habe euch auch so ein bisschen mal ja die sache mal ein bisschen lockerer zu nehmen man kann auch mit so kleinigkeiten einfach mal was schönes machen und ein bisschen spaß haben das ist für mich so ein bisschen die hauptsache ne ich will will ja nicht auf rekordjagd und kommen jetzt nicht so aus einer modellbauer ecke oder sowas ich bewundere die leute die das so toll können aber ist nicht nicht so wirklich mein ding sage ich auch ganz ehrlich seht mal jetzt was ich was ich gerne mache auch so hügeln und so und einfach mal ein paar bäume drin versenken in die erde ist sowieso das liebste was ich mache in planet coaster da stürzt mich jetzt auch gerade gar nicht dass da so die wurzeln runden rausguckten im gegenteil sollte ja ein bisschen urich aussehen er hatte dafür die bahn auch nur so eine kleine brücke gebaut ganz einfach nur so wandstückchen an die seite und ich finde das das sieht schon richtig nett aus mehr kann man immer machen die kunst ist aber in wenig schon viel zu erreichen so hier haben wir jetzt ja das ist auch so eine schmuddelecke die blöde kurve da es war sowieso meine idee ich hatte dieses tal von ballo schon vor längerer zeit gebaut aber ja dann kam es so richtig ans ans dekorieren und ja da drücke ich mich dann gerne mal vor und deswegen ist diese serie die session serie erst mal für mich auch eine kleine herausforderung aber sich ja mal immer nachts noch testen ist das schönste überhaupt bunte bunte beleuchtung alles bläulich ja einfach eine herausforderung damit ich ein bisschen mehr ins ins bauen kommen ins dekorieren kommen so schnitt und da ist das genau das gleiche beispiel kommen wir gleich in den ersten kunden jetzt kümmere ich mich hier noch um den spinning coaster und zwar ist der ein bisschen wild ja ist immer auch sehr wild als dass das spiel sagt jetzt war der ideal der super werte alles grün aber ich finde die fahrt furchtbar wild und nicht so wirklich nett und deswegen versuche ich jetzt die etwas abzumildern indem ich noch ein paar tempo rausnehmen und paar kurven erweitere hier zum beispiel die strecke mal ein bisschen noch höher noch ein bisschen mehr neigen dass man da nicht so durchrumpelt da wird man sowieso schon nach allen seiten gedreht und gewendet und geschüttelt und gerührt so ja sieht aber zum beispiel da hinten der letzte bereich die schlussbremse was ich da hinten von geier in der schiene hat da habe ich dann auch irgendwann die lust verloren ich hatte diesen coaster gebaut und war ich nicht zufrieden und darum gefummelt und dann habe ich immer alles schlimmer mitgemacht und dann ja in dem moment kann man eigentlich nur ausmachen das spiel und was anderes tun das soll ja nicht nervig werden aber jetzt mit ein bisschen abstand kommt man dann besser klar auch schön schön die glätten tools da und neigungswinkel da diese automatischen knöpfe schön benutzen ja genau das ist auch noch mal ich suche mal nach weiteren methoden da oben diesen diesen rund diese rundfahrt da oben etwas zu dekorieren und da habe ich was ganz anderes gebaut und da kam da habe ich diese giebelstücke entdeckt und dann habe ich spontan gedacht auch die sehen ja aus wie kleine häuser so für sich genommen und schwupps habe ich dann eben jetzt hier so kleine häuserchen gebaut ist einfach nur so eine kulisse so ist hauptsächlich gedacht für unten für diesen warte bereich noch dass die leute die unten stehen halt oben denkt auch da sind ja kleine wurzelhäuschen oder so oder wo die schnösels oder sowas so das hat alles eine vorgeschichte mit den schnösels die scale will von früher das war ein minecraft server ich kann es aber kurz erwähnen viele jahre hat mir den und viel spaß und viele entwicklungen diese ganze scale will park hier das ist einfach so eine kleine homage an die ganzen vielen ideen die da damals zusammen kam von den ganzen spielern und spielerinnen vor allem das ist hier eine idee für von der lady seifenblase die ja unten da am anfang auch dieses denkmal hatte da hatte habt ihr ja gesehen das video anfing so jetzt noch ein paar stöne steinchen davor legen ja genau das ist auch mal wunderbar mal drehen und wenden und automatisch an den boden anpassen lassen dann drehen die sich meistens selber von alleine soll jetzt schließlich da wo ich ja auch große probleme hatte die mich diese station von dem spinning coaster der seifenblasen flug was machst du mit dem ding habe ich mich auch ewig vorgedrückt und jetzt habe ich mal wirklich einfach mal losgelegt nach dem prinzip hoffnung ich schnapp mir einfach irgendeinen teil und baue das daran egal ja und dann kommt irgendwas bei raus das ist ein ein ganz wichtiger tipp den ich geben kann wenn man mal irgendwie nicht mehr gar nicht weiß was man machen soll nimmt einfach nächste teil und klatsch das irgendwo dran und dann entweder es ist sieht sofort gut aus für dich oder nicht dann im soll das nächste teil aber nicht so unheimlich durchplanen hinterfragen sich selber immer kritisieren ohne ende einfach mal kommen lassen irgendwas wird schon dabei rauskommen klar es muss dann jedem gefallen sicher aber herrgott jetzt zum beispiel da diese kleinen balkone da habe ich gedacht ja einfach mal paar blumen rein oder so eine hecke rein und ich verkleide jetzt auch da hinten die böschung da ist so ein luftraum komischer einfach pflanzen rein und schon sieht das ganz gut aus ja diese ganze serie hier ich habe das jetzt vor praktisch wöchentlich zu machen immer im austausch mit meiner planet coaster garage und wo es dann mehr um achterbahnen geht und hier halt eben mehr ums dekorieren in den sessions bitte lasst mir eure kommentare da und und eure likes damit ich da weiß ob das gut ankommt sonst und nicht so ins blaue hinein hier irgendwas produziere wie blöde ruhig mal kommentare und sonst was wenn ihr sonst wie auf dem sozialen netzwerk noch irgendwie unterwegs seid auf twitter so wie ich zum beispiel immer und im namen minarbeit ja dann dann meldet euch da auch mal oder oder guck mal und postet bilder und keine ahnung macht mal so ein bisschen mit das warum nicht das ist ein kreatives spiel dieses planet coaster wenn man das so spielt wie wie ich oder oder ja leute die halt eben gerne ganze parks bauen und so das kreative spiel also kann man da auch ruhig mal miteinander ein bisschen kommunizieren ich lese im grunde jeden kommentar ich versuche auf so viel zu antworten wie es geht und würde mich da immer freuen wenn ihr da kommentare hinterlasst und klar so ja das war jetzt die idee dass ich da einfach jetzt auf diese querbalken die ich gelegt habe habe ich jetzt pflanzen aufgetan hecken verschiedene arten so ein bisschen kreuz und quer gedreht es ist mir auch egal dass da vielleicht noch ab und zu mal eine lücke entsteht habe ich überhaupt kein problem mit ich stehe überhaupt nicht auf so perfektionismus oder sowas das finde ich gibt es nicht das ist das ist so ein trugschluss der menschheit oder der leute ja die noch nicht so viel erfahrung haben im kreativen bereich aber perfektionismus tötet im grunde die kreativität so und nach diesem wort des zum sonntags gucken wir jetzt mal lieber noch dass man ein bisschen wald bauen ja weil so tiefgründig muss man das jetzt auch nicht sehen es ist nur so kleine bemerkung am rande von mir weil ich sonst eben auch noch viel mit kreativen dingen so zu tun habe außerhalb von computerspielen ist das einfach so ein ein lebensthema vor mir gut ja untere dach genau da wollte ich jetzt erst mal wieder was total anderes bauen habe gerne machst du noch mal das sieht schön aus wenn das so etagen dann sind so begrünte etagen ja auch hier seht ihr die balken die klotz sich da einfach ran ja da mache ich nicht großartig mit mit noch dran zoomen so richtig und das hat millimeter genau ist das nicht mein ding empfinde ich nichts bei ich finde das so viel schöner weil man auch im grunde nie so wirklich vorher weiß was bei rauskommt so dann bin ich wirklich sehr froh dass ich dieses blöde gebäude endlich mal so halbwegs auf die reihe gekriegt habe ich habe noch ihnen auch ein paar sachen gemacht die ich jetzt im film nicht mehr zeigt das wäre sonst einfach viel zu lang geworden und da drin habe ich zum beispiel noch so seifenblasen düsen eingebaut in der warteschlange und so sachen ich zeige am ende des videos übrigens auch noch mal ein paar screenshots so eine kleine diashow machen wir da noch kurz und da gucken wir mal das sieht ja doch noch mal ein paar eindrücke wie es dann letztendlich geworden ist natürlich ist der ganze park und diese auch dieser einzelne bereich ballo hier das wird nie fertig sein in dem sinne das ist es klar so aber jetzt jetzt kommt noch die büschung dran das geht auch sehr gut mit den steinen manchmal ist mir das so viel mit den steinen aber wenn man das so bisschen ja so macht irgendwie jetzt dass das schon fast aussieht wie eine textur da geht es eigentlich wieder nur das ist halt einer kritikpunkte an planet coaster überhaupt das ist schon viel drin aber irgendwie von vielen sachen die man viel braucht irgendwie nicht so besonders also pflanzen zum beispiel ich bin auch nicht der einzige der sagt verschiedene artige pflanzen färbbare pflanzen größere blüten alles was man besser erkennen kann wunderbar und mehr abwechslung noch auch bodentexturen sowas gut was kommt jetzt weil sie selbst kann ja auch nächste thema wieder eine station toll ja um die habe ich mich auch lange gedrückt die jets station und mache ich erst mal wieder den holzkasten drum und hinterher wird es wirklich ganz gut wieder aussehen so mache ich das meistens bei der station ich baue erstmal holzkasten und gleich sieht dass ich das da wieder anders mache am dach fange ich dann eben an irgendwie schiefe sachen einzubauen irgendwie oder da eben so ein bisschen die ursprungsform kaputt zu machen so genau in der mitte dann eben auch noch mal so ein dachstuhl einbauen ich glaube den sieht man später gar nicht mehr aber gut konnte ich jetzt ja noch nie wissen ja die türmchen da an der seite sind wir jetzt so niedrig kommt da eben noch eine etage drauf und daher halte ich mich jetzt noch nicht so sehr mit dekorationen auf oder so ich mache es erst mal das grundgebäude habe jetzt idee dieser welle da und dann wird wahrscheinlich gleich schon das dach drauf kommen so ich erst mal das dachstück ja genau ja die dinger die wand fand ich dann doof irgendwie diese spitzen kirchendächer hatte ich war ist nur die erste idee ne und so wird jeder macht dann klar jetzt mache ich ein ganz schlichtes dach drauf aber auch hier das ist auch ich mache es erst mal so dass es zu ist und alles okay ist und dass man durchgehen kann aber natürlich kann es auch sein dass beim nächsten mal wenn ich da hinko dass den spielstand lade dass ich dann wieder irgendwas sehe was ich dann noch zufügen muss auch hier oben diese kleinen flachen flächen sind ja prädestiniert und vielleicht noch ein bisschen dekoration darauf zu stellen oder sowas ja das ist jetzt noch mal ein kleiner kleiner kontrast einfach noch ein paar ziegelsteine an die an die ecken auf vorne sieht ja bis ein komisches holzmuster drin das war auch so ein zufallsprodukt so und jetzt habe ich dann bald die stützen ringsherum gezogen und jetzt fehlt noch hinten an den fenstern überhaupt die hinterseite hier da werde ich jetzt ja unten erstmal am boden noch mal diese wellen machen blau und wellen wasser warum nicht passt doch ganz gut zusammen direkt am see auch ja da baue ich jetzt so holzpfosten rein und macht dann wir haben also fünf stück da rein das seht ihr wie ich das auch so ganz locker dahin klatschen da messe ich nicht lange aus kann auch mal ein schieber drin sein und das kann auch mal ein bisschen ungleichmäßig sein ich finde das sieht dann umso schöner aus umso glaubwürdiger auch ist alles und märchenbereich hier auch klar ich habe ja auch schon so eine stadtartige gegend gebaut skywild city da ist das dann vielleicht so ein bisschen simpler noch und gerade und symmetrischer so bin ich fertig mit den fenstern das noch mal eben richten genau ja und so langsam können wir uns auf die dia show einrichten denn das sind jetzt somit die letzten bilder die wir hier sehen natürlich hinten noch ein paar birkenbäume hin die habe ich hier in dem bereich auch schon mal verwendet das ist das schönste mit den eichen die einfach versenken so dass es aussieht wie große hecken und so begrüntes zeugs da auch noch mal ja kleine stein formation ganz wild und ob ein paar einzelne brocken hingelegt jetzt kommt noch so ein gelber baum ich versenke ich auch so ein bisschen in der erde ok und dann mache ich danach sogar noch ein bisschen weiter jetzt gucken wir erst mal die diaz ja los geht's mit dem kettenkarussell da wusste ich auch lange nicht was ich machen sollte paar herzchen herzchen hacken tun es schon ok ich würde auch mal sagen ich weiß noch gar nicht was ich beim nächsten mal mache sei jetzt nur ein bereich von dem großen park oder ob ich mal was ganz anderes thema mache was gar nichts mit dem park zu tun hat hier das mal ein bisschen abhängig von euch ja hinterlasst eure kommentare erzählt mal so richtig was ihr euch noch vorstellen könnt oder was euch interessiert vielleicht kann ich mich da mal so ein bisschen mit befassen und euch das auch mal in so einem format hier präsentieren in den sessions und ansonsten muss ich mir wieder selber was überlegen aber mit kommentaren von euch ist das immer noch viel schöner macht noch mehr spaß ansonsten überhaupt wenn ihr eine gute zeit hattet wisst ihr ja haut auf den like button wie sich das gehört ne falls ihr neu bis abonniere auch den kanal na und dann haben wir viel spaß zusammen folgt mir auch auf twitter und überhaupt auch widme auch wenn wenn ihr wollt alles unter minen arbeit und ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal fürs zusehen ich hoffe es hat euch spaß gemacht und wir sehen uns demnächst wieder und bis dahin sage ich mal auf jeden fall bleibt sauber habt noch viel spaß und lasst euch keine angst einjagen fürаемся auf jeden fall bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt